MINT-Fächer werden in unserer zunehmend digitalisierten und komplexen Arbeits- und Lebenswelt immer wichtiger. Sie stellen auch die Grundlage für moderne Berufsfelder dar, sei es Mechatronik, Robotik, Applikationstechnik, Software Engineering. Normalerweise sind wir mit unserem Programm RIG2SCHOOL und unserem mobilen Techniklabor, dem Tech-Van bei den Schulen vor Ort. Bei der Tech2Move ist es anders. Hier kommen Schulklassen aus ganz Oberösterreich zu uns und können Technik- und Naturwissenschaften hautnah erleben. Das ist ein großer Benefit für Lehrer, Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen. Das ist einzigartig, das ist Tech2Move. Wir bieten mit Tech2Move ein Veranstaltungsformat, bei dem Besucherinnen und Besucher experimentell ausprobieren können, wie vielfältig Naturwissenschaften und Technik sind. Und genau darum geht es, Neugierde zu wecken, Lernmöglichkeiten zu bieten, zu zeigen, wo MINT überall drinnen ist und für den einen oder anderen vielleicht die Initialzündung zu sein, sich für einen technischen Beruf zu begeistern.